Wenn du nicht, dass du auf die Flieger drauftrittst, wo es dafür schaden ist. Es ist Aussage. Dem Schaden am Modell nichts passiert. Rudi, ich war nicht aus heute zu Hamburg Geburtstag gekommen. Jetzt müssen wir einbogen. Du bist ein hässiger Mensch, scherz du. Du bist ein hässiger Mensch, scherz du.